und herzlich willkommen zu hexade remastered mit balui mir im jahr zähle sogar blue fox shanks und eine wuchs hallo ja ich hab da gerade so ein komischen plaudi kommt für uns schränkt kommt das hier was macht dich schon da ja das ist ein starker doch nicht ein starker was unter auch noch die etage kommt schenkt irgendwie sterbe ich gerade ich komme nicht ja aber hier ist noch so viel zeug drin ich habe so nimmst du fragen kannst du irgend so ein komisches tun ja alles mit dem reich ja und verhofft kommt selten oft noch ja ich hatte ein voraus kommt oft heißt das wieso kannst du fliegen schenkt ich habe ja ich will die ganze zeit jemand allen einen machen aber irgendwie finde ich kenne hühner das haben wir ein buch gefunden weil sie brauchen doch da wir können uns jetzt mit deren ausstatteln oder ich habe das geht ihr getroppt auch scheiße schon wieder im prilis zu advanced auch nicht richtig mit ja hühnchen bringt es kann ich ja auch was für trinken machen was brauchst du vom hühnchen das hühnchen das leben der hühnchen ach so ja ha 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 wo soll ich das finden so und wo müssen wir jetzt lang ich räume jetzt erstmal in das zeug aus dem tower in die kisten wir haben uns mal ein bisschen grid organisiert wie viel da sind nur tausend lötter das geht dann sogar noch ich brauche noch unbedingt werkzeug was ist das problem ist wir sind schon beim effizienz lost ist nicht ganz so weit weg hier es geht noch ja super ja super 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 mir er eigentlich den ganzen büschel drin abgebaut nicht der fox wo soll ich mich ernähren von guck doch einfach mal ins system und die büsche sind woanders angepflanzt worden und das sind ja noch bisschen außerdem sicher wissen wie das zeug halt so einfach noch da wie bist du noch da was machst du gerade ist auf geier ein heimweg wenn ich oder was so so dass wir schon nach folgen okay wo bist du klar in der folge ich bin nur in der base ich dachte wir gehen vielleicht noch ein battle tower machen weil ich dieses zauberbuch dann würde ich mitgehen dann komme ich mal nach hause würde ich sagen ich würde noch gerne so ein zwei hühnchen dass ich euch beiden ein squid ring machen dass ihr ein bisschen schweben kann ein bisschen schweben wenn das hier für ein komischer koppel und fuchs ja du müsstest nur aufpassen hier in der nähe schläft gerade ein yeti natürlich besuchen und klauen ihm seinen tempel das hast du übrigens sehr schön macht den neuen eingang fünf jaja er ist noch nicht fertig ich wurde aber so ist ja schon sehr schön ja ich denke mir das ist halt weil auch da hinten den schokobo bereich habt und so da ist das effektiver als worden wir erweitern jetzt hier aber die base hin und ihr könnt euch ja dann noch ein haus hin bauen wenn ihr bock drauf habt oder so können die höhle ist ja auch irgendwann mal von der höhle in haus umwandeln ihr könnt ihr sehr gerne ich mag gerne aus dass wir da vorn so ein kleines hütchen bauen das ist eine riesen riesen fläche die ganze fläche kannst du ein richtig geiles haus baune wieso gerade in der halt bauen kann dann übertragen wir dann alles bei louis der bau gelten leider die war das bei louis hat doch einen crashkurs in die bauer ich schöne und hat das nicht so also das ist jetzt sehr positiv von mir gemeint also danke bei louis da musst du gleich dass das war das war ein geheimnis ein geheimer trink rotteneck was hast du im gesicht nein nein das mag mich du hast du hast mich gar nicht festung wie eine festung nacht näher ist doch tag warum liebt das ding ja aufpassen dass ich wollte anzutatschen ja mir da versorgt sich mal mit zeug und gucken ob du vielleicht eine bessere rüstung auch wenn der bist du was gisela 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 sage dir die zukunft wieso ist das zu sein ich die hühnchen hier habe da war das die abholen diese lab wenn du dein fein auch hier auch mal ausleuchtet oder willst du dass die irgendwann eine schokobos eine schöne springende erfahrung habe ich haben mit springen das ist so fackeln ja hallo ihr hält von beleuchtung nicht viel er hat mit beleuchtungstechnik nicht so viel am hut gott was war das denn eben es hat bei der augen die leere gegangen kann sich wieder aber louis ist nicht mal bei der bau wieder in die leere gegangen noch nicht hallo nicht sein ich habe vor dass ich ihnen die leere wir haben halt nur kackbären die ganze zeit nichts anders wir haben halt auch keine mod drauf die wir irgendwie ich könnte ja saft herstellen wenn wir eine presse hätten aber die haben wir nicht weil die man nicht hoffe wir haben wir keine gucken vom block jetzt brav oder pärs haben wir mit bären nichts machen bären bären hexibus hexagon also heißt als nächstes muss man jetzt was einfügen damit der fuchs kochen kann ja ja dass er Beschäftigung hat er muss ja nicht bären als grundnahrungsmittel nehmende aber bären sind halt effektiv und laden kann es auch bürger machen und epic bacon und so kram das hört sich gut an ja dann musste man halt drauf noch dann muss oder wir haben kein paps haves kraft drauf doch oder nein da wären ja über diese gardens und so die sind ja dann schon die sind ja nicht generiert worden die gibt es dann jetzt hier erst mal nicht das wäre ja nicht schlimmer dann könnten wir halt mit den sachen auf jeden fall sachen kochen ja paps haves kraft gehört eigentlich für mich in sowas rein aber ich weiß nicht ob es damals bei hexe drin war wahrscheinlich eher nicht 600 blöcke die ich laufen sollte wir müssen also ich weiß nicht können wir los also das hier sieht voll geil aus also ganz kurz ein stückchen weiter bei dem tempel hier ist kistung in der burg ich müsste jetzt noch hier dann geht die haus glaube ich also ich müsste jetzt noch eins und hallo du musst vermehrt nein also ich habe in dem haus weil du ich habe ein ring noch mal fertig ja wir brauchen ja zwei mir brauche ja auch eine hätte muss ich nur noch ein squid fangen und töten ja dann machen wir können daraus noch ein eimachen dann können wir sehen schon so weit hatte ich jetzt mach mal liebe macht man noch ein eimachen das die lieben effizient schlafen ja weiß ich auch wie der nervt kann man selber schlafen genau das macht man so schwätzig nur und schlafen gehen wenn wir vielleicht meine tür rein bauen ja bei mir ist randale wenn so langsam was ist das denn ich habe eine eule gefunden ich glaube die mag mich eine ist eine habe hier vielleicht auch keine eine neue tempel das sieht ja krass aus erstmal den herzschlag beruhigen hauptsache erst messen ja erst mal was essen ich hab mir glaube ich hab claus gefunden ich brauche die pflanzen in dem eisbio ja davon habe ich hab mal vier stück jetzt kaputt gemacht ok ok alles klar ich bin jetzt an dem tempel das krass ich hab genug für zwei ich hab mich reingemacht immer dadurch da ist dieser floating crystal und ne kiste du musst jetzt im prinzip dafür sorgen dass mond drauf hat monschein drauf fallen kann das habe ich selber gefangen und getötet und gekocht sie hat gerade gesagt dass es ihr und in der reihenfolge auch das ist nicht nett sie könnt ihr ja mal teilen das ist ihr ja das mal und ich habe chocobo schenkel schenkel ja ich nehme einen wenn ich wieder da bin nehme ich einen ok miri wo bist du hier bei bei louis in der höhle der heimat höhle in der heimat höhle in der ha ha dass mir hier noch noch nicht mit mit soundcraft angefangen hat wundert mich echt wo ist mir ich habe ihn mir hat doch nicht gleich alles lila machen darf damit eine andere dimension gehen genau oder ist dann geschehen und selbst in der mitte sondern er muss über die säule ab wie steht doch daneben dir hier blind steht vor dir der ring schützt einen nicht verfallt schaden nein das macht und was mache ich mit dem sagt du muss ich drücken oder inventar dann baubles dass der ring neben dem kopf sondern damit kommen hier draußen die drinnen und jetzt hast du eine leiste wenn du lehrt hast du hast du und dann aber denkt man kurz vom boden muss noch mal drücken sonst ja das hat sonst dass das war nicht nett von dem ring haben wir ja bote bote ich auch braucht dieses blöde zauberbuch weil ich immer jetzt hier schnell holz ja weil du braucht endlich ein buch jetzt kann ich sagen wir haben schon für alles für jede stufe außer für die anfangs die stufe ach so muss der tempel unten so aus dem hier aussieht nein du brauchst nur den crystal der sport aber halt nur in solchen tempeln und immer kurz vorm vorderen boden an kommst muss halt immer bluten ja das geht einfach man sollte auch nicht dauerhaft wenn man sich gerade fort bewegt ich wollte mir nur erklären so hast du e2 so hier bitteschön für jeden ein boot was haben die für eine doofe farbe wo ist das dritte boot ja ich habe doch gerade dritte boot gesetzt in deiner hand ist es nicht wirklich schon was für ein blöder bug aber jetzt ist wieder da okay so in welche richtung fahren wir aber jetzt offene merkel wir fahren einfach jetzt dahin wo mir gestorben wo der todespunkt ist weil da ist ein unterwassertau ich habe den schon gelöscht ja ja ich war einfach jemand nach ich war so mir tot haben wir das schiff da geblündert eines steht noch werden wir das schiff machen da ist ein schiff es steht noch wir haben es nicht geplündert nein keine ahnung waren wir da schon drin oder nicht ne waren wir nicht das sind ganz viele mobs da kommen dann gehen wir doch mal das essen das heißt ich muss die pickaxe ausrüsten monster bekomme ich auf das boot da ist eine leitung hast du gesehen so ich hab mal jetzt holz geholt hast du gesagt jetzt guckst du halt hier drin ob hier irgendwas cooles drin ist hier sind zum beispiel hier sind zum beispiel saustarke waffen noch drin muss einmal nimmst du direkt unten drunter und unten drunter ein hohn in dem fass war einfach ein huhn habe ich und jetzt war dir auch immer mein rucksack ist jetzt musst du in das musst du in diesen table den resonating wand kraften ich habe da auch kein backpack ich weiß gar nicht wo der weggegangen sagt man ja in der pelle habe ich jetzt nicht dabei alarm und nimmt ihr müsst ihr uns vorne sein oder schenke ich habe kein alles aber ja dann wieder auf ins boot zum nächsten schiff mal kurz blau wollen wir das irgendwie markieren dass wir es geplündert haben könnte es anzünden ja wollte ich gerade sagen was du brauchst du auch eine ender perle für den das da das da doch was da und das da dann mache ich mich auch will aber das haben wir schon da haben wir noch nicht danke okay gut alle man über bord es brennt es brennt ich zündes an wenn wir damit fertig sind ja aber doch nicht mich das wir wollen ein zweites boot da drüben ein kleines boot ist das oder sind da sind ein paar leute drauf sind freunde warte warte bevor wir darauf gehen würde ich sagen ist es fünf aufgabe die folge zu wenden ja meine aufgabe ist es die folge zu wenden also würde ich mal sagen wir waren heute fein wir haben wir gefunden dank mir und schaut doch am besten auch mal bei bei louis vorbei der hat heute irgendwas mit einem tower gemacht ganz viele sachen ganz viele sachen bürtchen fahren ja schaut bei louis vorbei schaut bei mir vorbei mit feine füchse und wapapau ja Untertitelung des ZDF, 2020